UNTERTITELUNG Deshalb habe ich irgendwo feststellen müssen, oder könnte, dass irgendwas nicht mit mir stimmen. Ja, ich glaube, dass es ein schleichender Prozess war. Ja, ich glaube, es ist halt schwer für jemanden, der diese Krankheit nicht hat, mich dort in die Lage hinein zu versetzen. Letztes Jahr gab es schon Gegenspieler, die unter der Gürtellinie waren, wo man sich dann auch fast in jedem Spiel beschimpfen lassen muss. Ich werde diesen besagten Leuten auch nicht vergessen. Dann sind diese Leute für mich gestorben, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020